Willkommen zur Mii-Tour jetzt sind auch die Mii's dabei genau heute ist der blaue Montag oder besser gesagt der blaue Mii-Montag und ich habe mir gedacht das ist ein perfekter Tag um mit der Daisy-Tour zu starten so und ich möchte euch gerne was zeigen und zwar da zum ersten mal die Mii's dabei sind habe ich gestern für Daisy ein Mii gemacht die steht wie hier Cool So im Coach könnt ihr euch feiern Yay! Got it! Ja Somit wird Daisy in den ganzen Cups dieser Tour als Mii verfehlen Seriously, are you aiming there? So Whatever Ever Hm Hm Ich möchte euch gerne mal an Gucken Mhm Mhm Was ich von dem Video gemacht habe Hey, come on! Als Daisy Check it out! So Oh Da haben wir Nice Wir arbeiten Okay Wow 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 Daisy Ah Ha 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 Sweet Sweet Die Wangen ein bisschen russch Hihihi Hihihi Bisschen faltig Warte, das ist ein bisschen Au Ja 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 Und die Farbe ist Wunderschöne Farbe Ja Nicht diese Farbe Au Wenn man diese Weil Daisy ja ein bisschen Pann hat Na That's right So Dann haben wir als Haare Ha Hm Schön Haare Haben wir das genommen Haha Yes Als Haarfarbe Haben wir das genommen Wow Sweet Als Augenbraun Dieses Ei Die Farbe ist Diese Oh Right Und die Position Kann ich euch schlecht Schlecht zeigen Hey, come on! Na Aber wenn ihr die Mietheit Dann könnt ihr euch die näher sichern Oh Man Oh So Bei den Augen habe ich diese Augen gewählt Sweet Sweet Das Augenfarbe Diese Nice Die Position Die ich jetzt nicht genau Hey Can you really make this Das Nase habe ich diese Nase gewählt Passt doch perfekt Das ist unter Daisy Hi, I'm Daisy Und die Position Ja Just hit it Hinterhalt ist genauer Kennen So Als Mund Die Leute Das ist hier der Mund von Daisy Yeyhaa Das ist die Farbe Daisy Und die Position Die Position ist nicht zu erleben Tch Whatever Ich habe ich keines genommen Okay Und die Bart auch nicht Okay Auch nicht Wie als Leerflick That's right Die Größe Ich habe hier genommen Seriously Are you aiming there? Ich habe orange Yey Und natürlich Weiblich You know it You know it Yes Yes Yeah I'm the best Yay Wahoo Yeah Wow Wahoo Yeah Daisy Das habe ich I love it gemacht Nach einer YouTube Anleitung Von einem Hersteller Der Mies Super Herstellt Alright Thank you Hau Mies Ja Mies Hau Mies Ja Mies Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Mietura Alright Thank you Bye Bye Bis zum nächsten Mal!